Hallo. Willkommen bei Dead by Daylight. Der Tod ist der einzige Zuglucht. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Damit auch. Oh, was machen wir das jetzt? Jajaja, okay. Das ist ein wunderbarer Patch. Ich geh jetzt nicht zum Job. Ich geh davon nix. Ja, ist okay. Mhm, süß dann. Okay, was haben wir da noch? So, und damit auch herzlich willkommen zu unserem kleinen Halloween-Spezial. Dead by Daylight, ja. Und, ähm, hat ja mir was getan, mir so einiges. Das ist ja überraschend, ein bisschen für mich. Liebe Freunde, ich spiele das Überlebende. Ich spiele einfach mal das Überlebende. Ähm, ja, mit der Dammel. Oder? Kann man eigentlich mittlerweile ein bisschen anders ausstatten? Äh, ne, ja nicht mehr, das ist ja klar. Ja, aber ich fand jetzt... Hier... So. Kann ich was mitnehmen? Na, wir haben leider nix. Wir sind leider... Das ist mal so relativ stark gelust. Ähm... Nichts... Nix Neues. Nö... Da kam man was Neues dazu. Nö... Nix Neues. Z4. Auch nix Neues. Neu... 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 Lass sie so. Hatt ihr sie? Bin immer so. Oh, das ist ja auch so. Nicht wahr? Ja, machen wir so. Gute sehen, shop. Gehen wir nicht. Was haben wir da? Zum Killer wechseln will ich auch nicht. ich habe keine ahnung was ich habe so lange pause gemacht der tag ist nicht besser geeignet als halloween um so ein bisschen zu losen direkt bereit gehen ein bisschen mein ton das klappt noch nicht so ganz ich habe hier ein neues pult mit dem ich den steuer schon mal beides das andere hatte ja nicht der zusatzfunktion allerdings die paar andere probleme hatte wie echo und solche sachen und das war scheiße deswegen habe ich einen etwas kann ich den echo selbstbestimmten haben möchte wenn einschalten wird nicht dann ist er aus doch alles klar ein bisschen rauschen tut das ich habe so ein wenig unterdrückt ich hoffe es ist nämlich so viel von der tonqualität und ich hoffe ich habe genug ihr habt genug spiele sound da und ich bin immer noch gut zu hören das ist das auch noch schneller man scheint langsam rechner zu haben oder scheiß leitung oder jede menge tippen also man sollte die stream wenn man zuvor noch gearbeitet hatte ja der rechner nochmal starten was wir alles hätten so ein bisschen das gefühl so keine warte wir müssen jetzt dazu kommen das ist ja noch Wenn wir einen Weißgegner haben, darf er erst mal hier gehen, den wir treffen. So, dann. So, dann. So, dann. Boah, dann, der Steck. Dann, den. Was ist das? Dann, was wir da? Wird. So, dann. Also, dann, wenn wir hier. Wie das sagt, wird er nicht mehr so. Weiß nicht, dass wir hier gehen. Ich bin hier sehr viele, ne? Also inkontentuell ist. Wow. Ich hab' ja mit. Aber da ist ja auch so viel zu sehen. Und dann hast du auch wieder mit der Räume aufgelöst. Und da ist dann die Räume zu sehen. Oh, da hat er ein Platt gemacht. Können wir helfen? Bring den hin. Er kennt er? Das ist ein paar Erkämpfer. Ich hoffe, ich habe gerne gekämpft. Oh, was ist das? Alles frei. Okay. Oh, jetzt mal näher. Okay. Ich muss ja mal in den, ob er versteckt ist. Ich hoffe. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe einen Platt gemacht. Ich bin schon. Deswegen. Jetzt habe ich noch mal in die Nähe. Ich muss weg. Dann、 Okay. weg ich kann ja sicher nein das rente in meine richtung someone up here oh honey no kind what how are you feeling über den Himmel. Ja, kommt ja gleich mit. Ja. Aufpassen. Ja, schnapp das System. Ja, schnapp das System. oder was machen mit mann den generatoren war wenn es ein generator geschäfts zu legen ein generator suchen weil wir jetzt natürlich überlaufen so klar wo man spannen ich kann nicht mehr ganz ruhig so wie gelaufen Das ist scheiß Falle. Fuck. Mist. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Hat jemand? Hat der die Kala? Nö. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Dann machen wir noch K, geht ab Dankeschön Grobe Jahr Ich hab mir gedacht, dass der Riesel angeschlagen ist Was ist denn ein Tag? Warum ist denn ein Tag heute? So ist es fein, ich hab's bestimmt gesehen Was ist denn da? Da Das ist... Mal schauen mal Das ist doch mal weg Wir haben noch zwei Generatoren Wenn wir noch hoffen, dass das ist gut Da ist einer Und das ist eine Kiste Dimm mal Okay Dicke War das wohl jemand? Hier war einer von uns, ne? Ja, der ist halt schein Statt weg Ah, das ist schon wo ich bin. das das ja 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 vielleicht um die ja 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 Was hören wir denn da kommt? Idiot! ich habe einen haken nach der kreise für meiner schleich alle Ich habe einen Laufschirm. Oh, ein Laufschirm. die mausen aus dem rand entlang und dann noch mal zur andere Tür ja nicht, ich bin in den Kopf nicht sehen ich wollte noch nicht raus wir gucken mir die anderen zu, ob sie surfen ja, schließt mal jetzt haben wir den kommenden Punkt wir müssen ernten, brauchen wir den Koffer dafür Ja, das ist nicht der Häft. Ich habe mal eine Tusche gebrochen, wie es aussieht. Sieht nicht schön aus. Kommt noch gegen einen da oder ist noch einer? Toll! So, das sieht nicht so gut. So, das versuchen wir hier noch andere Punkte zu machen. Dann würde ich ja mal ganz stark. Ich würde sagen, wir gehen da raus und würde ich sagen, ich wünsche euch viele Süßigkeiten. Oder umgekehrt, verteilt viele Süßigkeiten. Habt Spaß dabei. Ich würde sagen, wir gehen da raus. Ich würde sagen, wir gehen da raus. Ciao. Tschüss. Tschüss.